Am Ende ging es ganz ohne interne Reibereien um Ernennungen und Ehrungen ab. Der Südtiroler Schützenbund schloss bei seiner Bundesversammlung die Reihen nach der Kritik aus Politikkreisen am Freiheitsmarsch vom 14. April. Christa Romain berichtet. Der Marsch zum Walterhaus, jährliche Routine. Drinnen im Saal wartete man vergebens auf Misstöne. Die hatte man eigentlich erwartet nach der gescheiterten Ernennung des Eisaktalers Sepp Kasa zum Ehrenmajor. Aber auch zwölf der 20 Kompanien aus dem Brixner Bezirk waren anwesend. Und so konnte der Landesschützenkommandant in entspannter Atmosphäre seinen Jahresbericht verlesen. Man sei mit dem Ohr ganz nah am Volk, sagte er, und dies sei auch der Grund für die Abhaltung des Freiheitsmarsches gewesen. Unsere Kundgebung hat gezeigt, dass die Politik in unserem Lande endlich auch wieder den Menschen zuhören muss und nicht nur die Menschen der Politik. Und wer uns Parteipolitik vorwirft, dem sage ich auch ganz klar, der Südtiroler Schützenbund hat seit über 50 Jahren dasselbe Statut, das er mit unterschiedlicher Intensität verfolgt. Und der Südtiroler Schützenbund geht seit über 50 Jahren einen Weg, der sich zu 90 Prozent vorausberechen lässt. Ob sich nun Parteien von diesem Weg entfernen oder sich diesem annähern, das liegt nicht in unserem Ermessen. Und darf vor allem auch nicht ausschlaggebend für unser Tun sein. Denn in dem Moment, wo wir unser Tun auf Entscheidungen von Parteien ausrichten würden, werden wir parteipolitisch beeinflussbar. Und das ist unsere Sache nicht. Scharfe Kritik gab es von den Schützen für den Umgang der Politik mit den faschistischen Relikten in Südtirol. Ehrengast bei der Bundesversammlung Karl von Habsburg. Er verlieh Medaillen an jene Schützen, die am Begräbnis seines Vaters Otto teilgenommen hatten. Es war der Wahlspruch meines Vaters, dass er gesagt hat, nur wer weiß, woher er kommt, der weiß auch, wohin er geht, weil er weiß, wo er tatsächlich momentan sich aufhält. Und ich glaube, dass das ungemein symbolisch ist, auch in Verbindung mit den Tiroler Schützen. Weil die durch ihre Tradition ganz genau wissen, wo sie herkommen. Die wissen genau, wo sie heute stehen und wo sie, welche Wertvorstellungen sie in die Zukunft reintragen möchten. Das sei etwas, was die Familie Habsburg mit den Schützen und besonders mit Südtirol verbinde. Ehrungen innerhalb des Schützenbunds gab es auch. Unter anderem wurde der ehemalige Landeskommandant Paul Bacher zum Ehrenlandeskommandanten ernannt.